guten tag liebe leute hier ist der gusor lasst uns mal wieder eine schöne neue folge clash of clans spielen zocken ihr guckt zu ich spiele mal schauen was geht wir haben 48 plus punkte ja pokale so ja viele greifen momentan halt einfach wirklich nur einfach eine truppe droppen halt dieses standardmäßige der hier hat es mal probiert kommt gucken wir uns mal an wollen wir uns mal geben ich muss dazu sagen ich hatte meine ressourcen nicht abgefahren das habe ich wirklich ja heute so ein bisschen verplant hier habe ich auch noch das elix draußen zu stehen klar für den natürlich eine easy sache ganz ehrlich würde ich mir genauso holen logisch und zwar ist die sache die dass ich halt das gold noch für das letzte upgrade brauchte und zwar für den inferno da habe ich mir gesagt okay kommt alles gold alle gold lager rein und dann halt die elix lager raus und dann passt das und ja deswegen stehen die halt noch so ganz klare geschichte so gucken wir mal hier mal ein bisschen schneller hier mal gucken wo er ran alter hätte 4k dunkles bekommen können 4k wo wir wieder beim fernseher sind 4k ja dann wird er ja die beiden bohrer halt sich gezogen haben vollkommen richtig wie gesagt damit mache ich ihm gar keinen vorwurf wäre mir genauso gegangen man könnte ihm noch einen vorwurf machen warum man nicht mehr gezogen hat aber gut ich habe halt eben auch immerhin noch truppen in der cb das ist natürlich dann auch noch mal ein unterschied klar war hier da mit meinen truppen gut beschäftigt so und jetzt wollen wir natürlich gucken hier was hier noch angriffstechnisch geht erstmal hier so ein bisschen minen und sammler absammeln und die beutekarre schön leer machen dann passt das mal gucken was haben wir ach genau weil wir ja im cw ja cw war ach so ja apropos sind wir wieder drin vorbereitungstag muss mal gucken hier apropos cw ihr dürft gerne 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 vorbeischauen wenn ihr dazu ein bisschen auf tash habt also ich sag mal ja ein sehr gutes tau 09 denke ich mal ist noch akzeptiert ansonsten tonal 10 tonal 11 klar das sollte passen aber wie gesagt wenn er da super townhall habt dann im neuner beziehungsweise höher dann seid ihr ganz herzlich willkommen so jetzt machen wir hier noch eine anfrage und jetzt gucken wir mal ich bin nämlich so ein bisschen am schauen wie gesagt dass ihr wieder dabei seid wie es weitergehen wird mit meiner base inferno kommt ja jetzt auf level 2 das ist nice ich würde jetzt aber langsam schon da zu tendieren die clanburg abzugraden auch wenn die sieben millionen kostet ist natürlich trotzdem wieder fünf truppen mehr wisst ihr selber das ist natürlich dann auch so eine sache die im cw eine ganz coole kiste ist vielen dank noch mal an den abonnenten der gesagt hat hier machen wir unbedingt deine zauberspruchfabrik ist halt wirklich ein spell beziehungsweise ja sogar zwei aus der dunklen kaserne aus der dunklen zauberspruchfabrik das reißt schon richtig gut was weg ich hau jetzt einfach mal an angriff raus hier einfach mal so random mäßig und das ist schon ziemlich geil also das muss man echt schon sagen hat man einfach viel mehr freiraum ich hatte einen angriff gemacht wo ich dann einfach noch mal only dragos genommen habe wo ich dann die luftabwehren geblitzt habe und dann stehst du halt da ja jeweils zwei blitz dann halt jeweils ein earth quake drauf und dann ist das schick und dann hast du halt einfach noch mal was das ist schon ziemlich nice Nee 2k dunkles ist dann auch nicht so der brüller nee aber wie gesagt da bin ich ja gut dabei ansonsten noch eine andere sache ich ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt und zwar geht es darum ich guckte den einen tag rein und sehe so man guckt ja logischerweise immer mal rein was die abos machen und gucke so und gucke so und ich wusste ja ich bin kurz vor 22k richtig geil gucke rein und denken in dem moment wie du warst doch kurz vor 22k was ist denn jetzt kaputt und sehe ja nichts mehr mit 22k sondern gucke nochmal und sehe 1 2 3 4 und zwar sehe ja an einem tag 203 subs verloren ich dachte wie was 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 also mir ist da ja irgendwie alles entglitten ich dachte wie wie kann das sein ich natürlich gleich bei diese jacks guckt ja genau so bei lichtle geguckt ja genau so also die werden irgendwie in den tag gemacht haben sage ich jetzt mal wo die halt alter gehen die übel ab und wo die halt richtig hardcore ausgesondert wieder haben also was weiß ich irgendwie dead accounts oder sowas wurden dann halt wieder rausgenommen was ja vollkommen richtig ist damit hat man eben nicht mehr diese inaktiven subs und sowas einwandfrei finde ich richtig gut bist du stehst natürlich dann erst mal da und denkst dir also das ist schon richtig richtig krank die nummer nee aber ansonsten läuft das aber wie gesagt es ist halt wirklich moment nee da sind zu viele magier türme hier so so ein bisschen hier noch mal ein haste oh ja 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 ich will da noch das ist ja schade okay ein paar mehr hätten es dann doch gebracht aber egal nee so sieht es aus schön verkegelt aber nicht viel ausgegeben 250.000 ist okay passt und ansonsten ist halt wirklich die sache das ist natürlich cool wenn ich wenn ich weiß gut okay sind weniger inaktive klar aber man sitzt denn schon da und denkt sie what the fuck alter wieso 203 subs das war richtig krass so also bloß dass ihr immer wisst ja ist nicht einfach nur so ja ja ist mir ja vollkommen egal sondern auch als in anführungsstrichen etwas größerer youtuber guckt man natürlich da trotzdem rauf und das trifft einen schon hart und wenn diese zeit vorbei wäre dass man sagt naja ist mir doch egal ja ich glaube dann sollte man auch aufhören also wenn 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 einem das egal ist so stört doch gar nicht dann macht man glaube ich was falsch weil dann ja weiß ich nicht meine meinung was haltet ihr davon Jo ansonsten würde ich mal sagen gehe ich mit meinem anderen account da wechsle ich gleich noch mal gehen wir noch mal in den loot clan und gucken da noch mal richtig was abgeht und dann ist das schicko jetzt gucken wir mal habe ich überhaupt noch mal in den letzten hier richtig gutes zeug gemacht hier war okay hier auch Oh ich habe verloren Ansonsten ist es loot mäßig vollkommen in ordnung ich bin jetzt aber wirklich momentan nicht so krass am angreifen seht ihr selber ah ja klar Ja Brauchen wir uns nicht geben habe halt einen gegner gefunden der halt nichts mehr drin hatte also beziehungsweise halt inaktiv war so und da sind wir wieder Ich habe nur war schon gerade bescheid gegeben kannst du bitte noch mal ganz kurz mein account abfarmen weil ich habe die nachricht bekommen dass meinen schutz halt komplett aufgehoben wurde und ich rief ihn dann nur kurz per whatsapp anhalt und sagt ihm wie sieht's denn aus kannst du mal bitte mein mein schutz Hört auf das hat er ja klar logisch kann ich vorbeikommen und Und kann dir da mal die bäume schütteln wenn ihr versteht was ich meine Den elixier baum und den gold baum the gold tree Ja ist echt komisch was er manchmal so im kopf umher geht Das ist geil ich könnte mir vorstellen ich krieg aufs maul Ich könnte mir aber auch vorstellen wenn er nur eine 1er queen hat könnte ich mir auch vorstellen dass das läuft wäre besser mit dem handy klar Also beziehungsweise halt mit einem device was halt Ohne probleme ja okay ja klar erst mal kurz die bomben Deeskalaten lassen klar Ah ich glaube das ist gar nicht so verkehrt gewesen mit dem mit dem Oh Oh da ist ein dunkles weg His dark his dark elixir shit is away Hier den drago den machen wir auch noch mal kalt Ja klar logisch die rennen jetzt natürlich dann raus okay dann Packen wir ja egal egal ich muss von hier angreifen Auch wenn der drago dann wieder raus fliegt egal Aber ist ja quatsch wenn ich jetzt wo anders angreife wo ich nicht beide lager kriegen kann es ging mir darum Hier war das eine lager ja so pampelig klein Da wollen wir ja gar nicht sein denn da gehören wir nicht rein Es läuft bei mich Macht schon spaß so jetzt sehe ich dass ich hier eigentlich Das unnötig habe ich könnte hier theoretisch von den truppen her auch noch lang gehen und das finde ich geil dass die queen sogar noch mitkommt Das ist ziemlich cooler shit Und gucken wir mal wie es aussieht dann macht nämlich die queen noch einen ritt Und gibt jedem einen tritt Ja okay genug gereimt für heute würde ich sagen Und fangen andere noch an zu fragen Mann so 48 prozent haben wir wir haben ihm also schon die 30 prozent gegönnt Die seien ihm auch gegönnt jetzt würde ich überlegen Ne ich habe hier kein rage mehr raus weil Ich es halt einfach nicht mache sagen wir es mal so ich gucke mal ob die queen eventuell hier noch so ein bisschen was reißen kann genau Und wenn die nämlich von hier von ihrer reise zurückkommt Ist das hier das einzige corpus delicti was sie mal richtig Auseinander nehmen kann die queen heil und dann würde ich in dem moment Hoffentlich kriege ich es auf der reihe meine goblins auf den weg schicken Und jetzt kommt der minenwerfer und zersäbelt alles aber immerhin ja genau 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 Ja und wir haben keinen rage spell verballert Sehr gut Cooles ding Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen dass Ich einen zuschauer im live fight hatte es im cw kann es nicht gewesen wäre auch blödsinn gewesen Ich schreibe da gerade mal Ja die anderen haben jetzt auch gerade geschrieben ja ja das muss der Gegner gewesen sein klar dem kann man natürlich zuschauen aber finde ich ja mächtig premium Dass mir das auch angezeigt wird wie der aus seiner muschel gepoolt wurde Ja okay auch nicht schlecht so ansonsten ihr seht es ja wieder hier Oh nicht barge ja warum denn auch weil Ja boogies und Und goblins das läuft echt das läuft so richtig cool mir gefällt die combo also von daher was und dann wollte ich euch nur so ein bisschen Überraschen und zwar habe ich mich hier dafür entschieden jetzt die kaserne auch auf level 11 zu ziehen Weil ich dann halt eben logischerweise auch mal langsam mit den anderen truppen halt Angreifen möchte ich will euch ja auch was sehen oder ich will euch ja auch was sehen genau Ich will euch ja auch was zeigen So das war's dazu erst mal so die erste folge ich springe dann im anderen video in den 1million Loot Clan rein Und dann sehen wir weiter ich hoffe es hat euch gefallen und Ja ihr habt vielleicht auch mal wieder ein zuschauer einem live angriff das wäre doch ziemlich geil ja das war's ihr haut rein ich wünsche euch was Ciao ciao